Ja, unser Sky, unser Sven Töner, interviewt jetzt unseren Ivan Vuzovic, der ist hier eingeschlagen wie eine Granate, das muss ich schon sagen, der wird seinen Weg hier machen beim HSV, hoffentlich bleibt er unverletzt, also den traue ich allerlei zu, aber wir haben jetzt ja auch gute, wir haben Ambrosius auch noch, bitte nicht vergessen, unseren Stefan, also ich muss schon sagen, ich bin auch der Meinung, wenn man mittelfristig plant oder meint, dann sind wir auf einem guten Weg, glaube ich, aber auch die Ergebnisse müssen stimmen, ich hoffe, dass gegen Schalke gewonnen wird, dann haben wir ein ganz ruhiges Wochenende und vor allen Dingen Weihnachtsfest, haut rein, das Tango, Tschüssi!